ich habe gewonnen verfehlt sticker da ja ich bin jetzt wieder da okay starte und der alte mann braucht den rückstock erst mob damit dass ich sein old game da machen soll und dann macht furchtbar dieses diese quest dauert so lange so dann versuchen wir es noch mal mit einem vollen team wir gehen auf die linke seite ok das fenster ist treffen uns immer wenn wer die ultima was haltet ihr da ja das hört sich gut an gibt nämlich nur ein fenster und treffen uns auf der fenster folgten ist nicht immer ab ins licht ins licht die stunden werden alle studiose stehen bleiben ja ich bin nicht mal leute die erfahrung haben hat er vorhin rage modus gehabt weil wir den so weit runter geschossen haben oder wegen der zeit ich denke mal ja wir waren ja erst zehn minuten da drin wenn er da schon in den range modus geht dann würde ich mir sorgen machen das machen wir einen richtigen ball dabei bei vier millionen der ist jetzt bei zwölf ja ja riko das können wir gerne wiederholen wenn ihr bock habt jeden mittwoch ich muss mich gerade zweimal drehen um zu gucken wo das fenster ist ok dann bin ich wohl ein schlechter tank oder das hat dann den dings erwischt ja hat sich den ball getroffen krass der macht so viel damage ich kann das überhaupt nicht gegen tanken das kannst du vergessen da hilft nur nicht ins gesicht kriegen ja aber das gute ist auch wenn einer stirbt haben wir immerhin noch sieben fähige leute dabei ja das ist nicht ganz so dramatisch das ist wohl richtig ist auch wesentlich angenehmer kann ich jetzt gerade aufstehen 40 minuten geht ins bett ein bisschen weiß ich kriege gleich noch ein bisschen was zu knabbern dazu aber nachher geht es ins bett ich bin ja nicht auf mich macht so viel damage ja und die arresten rennt nicht weg das ist nun vielleicht müssen die nicht wegrennen keine ahnung also wenn der wahl mit der ulti stirbt dann stirbt jeder ja man kann halt mehr damage machen ist dann halt ein risiko da ist doch schon einiges runter ja so sollte das laufen wenn man eine funktionierende crew hat ist das schon deutlich angenehmer wenn man noch weg laufen kann dann fühlt sich der hart modus hier tatsächlich an wie ein normaler modus so ein bisschen ne ja also er geht das war jetzt schon tötet eine walle jetzt gehen wir vielleicht doch Richtung Fenster nicht Richtung Fenster doch Richtung Fenster wir warten ja am Fenster Tika ja ich bin doch dabei alle verringt weil Tika zum Struktur läuft neee das wärs jetzt gewesen wenn man nicht den Plan aufbaut und die brauche er crash okay dann guck mal wie weit du jetzt ohne mich kommst nein dich brauchen wir muss die anderen halbaut anstellen muss die anderen halbaut anstellen schlief schlief wir haben es ja alle noch überlebt ne und das war schon ja wundervoll ey nur 5 lila steine das ist ja wirklich ein witz hm ja das ist ne sache war Zeit das ist ja wirklich ein witz und der allererste boss das erwartet nicht zu viel ja ich wollte grad sagen was erwartest da auch groß der leichteste boss der jetzt schon zugänglich ist für alle wie der hunderte von steinen reingesetzt hätten hm aber so ein bisschen Motivation und du 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 Untertitelung des ZDF, 2020